hallo liebe leute ich freue mich es ist soweit das buch ist endlich gedruckt und ab sofort im handel erhältlich unter 2bienen.de oder bei mir im shop von meinem betrieb ja bienen im kopf vom bienen hippie zum erwerbs imker ein buch mit vielen seiten 416 seiten insgesamt mit einigen bildern und es geht rundherum um bienen um betriebsweise wie ich angefangen habe mit bienen ein großer teil über bienenbiologie imkern in der freizeit als im nebenerwerb dann größerer teil über die bruder beute wie man dort in einräumiger betriebsweise mit dem sheet arbeitet wie man den botraum anpasst und wie die betriebsweise im allgemeinen ist ja ein großer teil ist auch natürlich dann war oder eben königin vermehren da ist einiges drin auch flügelschneiden größeres thema weil das ja auch große entrüstung entfacht hatte als ich das damals im wien journal bzw in der wien veröffentlicht hatte da habe ich einiges an erklärungen dazu geschrieben dann auch ein kleinerer teil im kanals beruf gibt vielleicht ein paar einblicke was so die berufs imkerei betrifft einige fotos die ich über die jahre gemacht habe die ich dort gesammelt habe und hier in dem buch also sind glaube ich bis auf wenige ausnahmen alles die fotos von mir von einem eigenen betrieb die ich dort gemacht habe wo ich eben zeige was wir dort mit den bienen alles veranstalten bei uns ja ich würde mich freuen wenn ihr das buch lesen würdet wenn ihr mir schreibt wie es euch gefällt wenn ihr es weiterempfehlen würdet und es sind nicht ist es nicht ganz perfekt geworden aber sonst wäre es auch nie fertig geworden also kleinere fehler will ich zu entschuldigen ansonsten haben uns die allergrößte mühe gegeben das mit leben zu füllen haben einige sachen herausgebuddelt und gezeigt und können da ja dieses buch jetzt hier ab sofort heute vorstellen und hoffe dass es euch gefällt und ja ich freue mich ich habe sehr viel spaß gehabt das zu schreiben und hoffe auch dass ihr beim lesen entsprechend genauso viel freude habt und ein bisschen was mitnehmen könnt viele grüße und bis demnächst euer bernhard so